Hallo zusammen, ein gesundes neues wünsche ich euch erstmal. Ich wollte euch auf dem Weg kurz mitteilen, dass ich eine größere YouTube-Pause einlege. Meine Prioritäten sind momentan woanders. Und ich hoffe, dass ich im Frühjahr dann wieder mit neuen Videos durchstarten kann. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und wir sehen uns dann demnächst wieder. Euer Dustin WT, ciao.